... zum dritten Mal steht Mercedes in der Saison 2013 jetzt auf der Pole Position. Ein Rennen haben sie noch nie gewonnen. Was ist aus den Pole Positions geworden? In China ist Louis Hamilton von Stadtplatz 1 losgefahren, ist am Ende dritter geworden. An die Bach rein ist Nico Rosberg von Stadtplatz 1 losgefahren und ist am Ende nur neunter geworden. Aber diese Runde von deinem ehemaligen Teamkollegen, die war fantastisch. Ja, war eine super Runde. Er kommt hier durch Kurve 4 durch und auch eben Kurve 3 ist er schon ganz rausgerutscht. Fünf bremst an. Weitergang, gut rausbeschleunigt, jetzt drückt er auch Curse, quetscht es ein bisschen auf. Aushebt sich das aber dann noch bis zum Schluss aus. Das ist die schwierigste Passage hier. Da kommt der Wind von hinten jetzt in auf den Berg. Bodenwelle einlenken, fast voll. Er lupft nur zu 20%. Geht da etwa vom Gas zurück gegen gerade Bremsen bei 80 Meter bis in den ersten Gang. Nein, er fährt es im zweiten Gang, quetscht das Curse noch aus in diese ganz schwierige Rechtspassage. Hier liegt das Auto auch sehr gut. Er musste nicht korrigieren wie die meisten anderen Leuten. Und jetzt in den etwas langweiligen letzten Sektor hin, rechts im dritten Gang, zweiter Gang. Noch mal kurz vom Gas, damit sich das Auto dreht. Und jetzt da voll durchbeschleunigen durch die letzte Kurve. Kommt der da mit 240 zu 50 schon wieder hinaus mit 3,5 G. Und jetzt da voll bis zum nächsten Mal. Dann geht's! Oooooooo